Konnichiwa Anime und Gameotakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Mafia 3. Wir schleichen uns mal hier ran, weil wir müssen die Schwarzbrenner kaputt machen, also dieses Lager hier. Und ich bin mal gespannt. Hier sind auf jeden Fall einige und ich bin so froh, wenn ich endlich eine Knarre habe mit Schalldämpfer, weil es ist kacke. Ich töte so gerne Leute, also okay, das klang jetzt voll komisch. Nein, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte halt im Spiel die Gegner. Die kille ich halt gerne abseits immer voneinander, damit ich meine Ruhe habe und nicht die alle ranlocken muss. So meinte ich das. Das andere klang jetzt ein bisschen zu blöde, böse. Aber es funktioniert nicht, weil die hören mich. Bestimmt drehen die von Football, oder? Oh, was machen die denn da? Was macht ihr da? So, das Problem ist, ich weiß nicht, was mit dem Typen hier ist. Oh, scheiße. Was macht ihr denn da? Ich hoffe, umzuspielen, Mann. Das geht mir auf den Sack. Bist du ein Kind, oder was? Nee, Spaß. Ich spiele auch gerne mit Knallkörper und so rum. Meine kleinen Experimente, die ich immer mache. So, da kommt einer mit einer Knalle. Ich würde ihn mal ein bisschen locken. Ein bisschen dizimieren oder so. Ja, der Teufel bin ich. Ja, der Teufel. Ich bin eher eine Hexe. Nicht was, man. Oh mein Gott. Ich freue mich voll auf Halloween. Das wird so geil. Aber wahrscheinlich, wenn dieser Part jetzt in YouTube kommt, dann ist Halloween schon längst vorbei. Deswegen, ja. Hundertprozentig ist es dann schon vorbei. Weil ich habe hier schon sehr viele Parts aufgenommen. Das ist jetzt schon, weiß ich nicht, 28. Part, glaube ich. Was ich hier gerade aufnehme, dann wird es schon locker, äh, wird locker schon Halloween vorbei sein. Weil ich bringe nicht jeden Tag Mafia raus. Deswegen ist es schon ein bisschen kacke. Egal, dann feiere ich Halloween eben das ganze Jahr über. Was soll's? So, irgendwo, da drin ist noch einer. Da geht man ein bisschen auf den Keks. Ich sehe immer nicht, wo genau das Hinge hingeworfen wird. Woher wissen die das? Oh, du Bastard, der hat genau auf mich geworfen. Flauze. Ja, natürlich, muss ich ja. Doch, muss nicht. Was? 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 Wer sagt zu mir Penner? Ist er tot? Ja, ist er. Okay. Sehr schön. Kleinen Nervensägen, ey. Diese Waffe nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Wo ist denn hier ein Radio an? Das geht mir voll im Sack. So, wie machen wir das? Schießt man da rauf, oder? Oh. Okay. Kann man es auch so kaputt machen? Nee, kann man nicht. Also einfach raufballern, oder was? So. Das wäre erledigt. Wir kommen dem Radio näher. Man hört es. Dieser Scheißer, ja. Wer spielt hier diesen Dreck? Das war nicht mal der Radio, oder? Halt klar. Ich sammle erstmal hier den ganzen Scheiß ein. Zack. Zack. Oh, wie viel Kohle hier liegt, ey. Unglaublich. Wir werden reich, reich, reich. So, das haben wir jetzt eingesammelt. Jetzt, warum habe ich denn jetzt diese Scheißwaffe? Ich kenne den Songtext leider nicht, deswegen. Sorry. Ähm. Ja, wir gehen mal weiter. Oder besser gesagt, wieder zurück. So. Und es gibt ja noch was hier zu machen. Moment. Das ist ja eigentlich hier auch irgendwo. Moment. Ja, in der Nähe dachte ich, aber es ist hier hinten. Heilige. Na gut, dann fahren wir mal so da hin. Und machen das auch mal. Weil erstens, wir kriegen dafür Geld. Und zweitens sind das Aufträge, die für uns dann gut sind. Dann kriegen die ja mit Kohle auch. Und wir zerstören dann unsere Feinde damit. Deswegen ist es perfekt. So, ich heile mich mal. Ist cool, dass man das währenddessen machen kann. Währenddessen man fährt. Finde ich sehr, sehr schön. So, wie weit müssen wir fahren? 1600. Okay. Es wäre wirklich schön, wenn ich das Radio anmachen könnte. Und ein bisschen Musik so. Und ein bisschen chilliger. Aber es geht leider nicht. Immer diese Gamer. Und ich habe echt Angst davor. Und deswegen lieber es nicht. Oh, doch. Das hat weh getan. So. Das sieht ziemlich trostlos hier aus. Also hier hinten ist nichts mehr wirklich. Und hier muss ich aufpassen, dass ich nicht in den Fluss falle. Das wäre nicht so schön. Was ist das da vorne? Das sieht aus wie so ein Wassertanker oder sowas. Also Wasserspeicher oder so. Hier kann man was sammeln. Was ich gerne mache. Weil ich weiß ja nicht, ob wir hier öfters herkommen. Der grillt gerade. Grillt gerade. So, mal gucken. So, dankeschön. Hot Rod. Oh, das ist nicht übel. Das ist echt nicht übel. Doch, das ist übel mit dem Blinddarm. Lol. Was ist denn mit euch? Was ist denn das hier für ein Invaliden-Camp-Haus-Gegend? Ich weiß ja nicht, was das hier ist. Aber jeder hat hier irgendwelche Horrorgeschichten. Ja, okay. Ich fahre mal lieber es weiter. Die sind ein bisschen creepy hier. Ach, da vorne ist das zum Sammeln. Achtung! So, hier. Full Service. No Smoking. Okay. Wir rauchen ja eh nicht, von daher. Schon wieder so ein Arschloch. Herumlungern. Guck mal. Gehst du mir auf den Sack, Alter? Dafür klaue ich jetzt dein Geld. So, dankeschön. Geschieht dir recht. Oh, schön. Hat keine... Scheiße. Damit würde ich nicht weit kommen. So, der liegt jetzt hier ohnmächtig auf dem Boden. Da er so ein Arschloch ist, klauen wir auch seine Kasse hier. Der hat immerhin 42 Dollar. Können wir uns was Schönes kaufen? Cool wäre es, wenn man auch tanken könnte. Dann würde ich jetzt den ganzen Tank vollhauen. Auf seine Kosten. Natürlich auf seine Kosten. So, Moment. Moment. Ich weiß, ich muss andere Richtung, aber ich möchte hier diese Dinger einsammeln. Umso mehr, umso besser. Scheint hier zwischen zu sein. So. Sehr schön. Läuft doch. Aber ich mag das zu sammeln, aber manchmal nervt das auch, weil wenn du irgendwo hinfährst und dann überall auf der Karte diese ganzen Punkte sind, was man alles sammeln kann, dann weiß man nicht, was man zuerst machen soll. Und ich, mir fällt es immer wirklich sehr verdammt schwer, weiterzufahren. Ich möchte schon das alles dann sammeln. Das fällt mir einfach verdammt schwer, das nicht zu tun. Und da vorne ist auch wieder was. Blau, das ist meistens ein Playboy oder so. Weiß ich nicht. Ich gehe mal kurz hin. Meistens ist es ja ein Playboy oder so eine Platte. Das sind diese blauen Markierungen. Oder wenn es halt so ein Sternsymbol dann wird, dann ist das hier so Propagandakacke. Können wir uns ja mal angucken. Das müsste hier in diesem Haus sein. Es ist ein Playboy. Okay. Hier so abgelegen, sich so ein Schmuddelheft angucken. Natürlich. Blech. Ups. So. Ähm. Da ist es. So. Hier gibt es sogar noch mehr. Das ist krass. Hier sind Kerzen an. Dann scheint hier jemand noch zu sein. Aber das sieht ziemlich gruselig aus. So ein Voodoo-Haus wahrscheinlich. Mit einem Playboy. Also jetzt keinen mehr. Den haben wir ja geklaut. Ähm. Scheiße. Wo bin ich? Ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Das finde ich echt bescheuert gemacht, dass man hier durch diesen Busch nicht laufen kann. Voll merkwürdig. So. Wir gehen mal jetzt wieder hier auf die Straße, weil besser ist. Okay, da ist unser Auto. Ich habe gerade ein bisschen Angst gekriegt, dass ich jetzt schon wieder woanders gelandet bin. Das passiert mir ziemlich häufig. So. Wir hätten auch mit dem Boot fahren können, aber ich weiß nicht, ob das schneller wäre jetzt. Ist ja egal. Ach, schon wieder was zu sammeln. Ah, das liegt hier alles so liegt hier alles so super in der Umgebung, deswegen ich muss das einfach sammeln. Hier, gleich hier beim Auto geht voll schnell. Wir brauchen halt die Dinger für die Verteilerkästen und ich weiß nicht, wie viele wir noch machen müssen und immer sind drei Stück dann weg. Drei Stück benutzen wir für einen Verteilerkasten, deswegen, das könnte ziemlich knapp werden. Auch wenn da 56 steht. Ich sammle auch so manchmal, während mein Part jetzt lädt, also als Datei dann auf dem PC lädt, sammle ich währenddessen manchmal einfach diese Dinger ein und dann, weil das muss man ja nicht immer sehen. Ist ja auch langweilig, wenn man das nur sammelt. Aber so sieht man halt ein bisschen, was hier alles für Orte gibt, was hier alles gemacht wurde. Finde ich schon sehr cool gemacht, dass man so sich halt die ganze Karte dann dadurch anguckt. Deswegen gibt es halt auch diese Sammelobjekte, damit man sich halt in jeder Ecke mal umschaut. Ist auch bei Tomb Raider und Uncharted so, dass man wirklich jede Ecke sich anschaut. So. Wir sind da. Und da heißt, hier sind einige. Ich sehe da zwei. Zwei, drei. Oh, Alter, das sind viele. Das sind ziemlich viele sogar. Das sind sehr, sehr viele. Ja. Dann selber. Ich kann auch so grinsen, ohne dass du mir eins reinschneiden musst. 5.000 Dollar macht das. Das ist schon krass. So, bevor wir gehen, ich kill die trotzdem noch. Oh, ich habe ja gar keine Munition mehr da. Wo ist denn der? Wo seid ihr? Meine Schnuckis. In den Rücken geschossen, weil du es verdient hast. Ja, komm. Du bist jetzt sowas von tot, du kleiner Bastard. So, ich sammle trotzdem noch eins. So kriegen wir Geld nämlich auch für uns. Muss ja auch was für uns dabei herausspringen. Und wir haben fast 4.000 Dollar, ey. Das ist schon krass. Wenn hier jetzt noch ein bisschen Kohle rumliegt, dann haben wir mehr. Kann man es kaputt machen? Yep, kann man. Einfach alles zerstören, was soll's. Oh, so eine Waffe ist auch geil, aber ich lasse die mal. Die hat ein bisschen mehr Platz. Und Munition auch. Das kann man nicht kaputt machen. Kann man das eigentlich kaputt machen? Oh, ja, das kann man. Sehr schön. Finde ich super gemacht. Scheiße. Ich bin so nah dran. Treff daneben. Und da war sogar noch was drin anscheinend. Nein, doch nicht, oder? Sieht ein bisschen so schmodrig aus, deswegen... Huh, das kann man nicht kaputt machen? Okay. So, hat jetzt hier jemand noch ein bisschen Kohle oder so? Das wäre ja voll cool. Anscheinlich. Man seid ja arm. Das finde ich nicht so cool. Ah, doch, du. Sehr schön. Wenigstens etwas. Na gut, dann gehen wir mal. Was soll's. So, die Aufträge haben wir erledigt. Gefällt mir. Ah, sehr schön. So. Wir haben jetzt eigentlich alles von diesen Aufträgen erledigt. Ich weiß immer nicht, warum die hier angezeigt werden, weil... Da steht... Da ist nichts mehr. Ich geh mal... Ich fahr mal kurz hier hin. Einfach nur, um zu zeigen, dass da nichts mehr ist. Mit diesem Stiel, dem Stiel das Boot oder so. Da sind keine Leute mehr. Ich will das einfach mal zeigen, weil... Ist jetzt zwar auf der Karte jetzt in eine andere Position, aber... Da ist keiner mehr einfach. Das ist voll komisch. Ich muss wahrscheinlich mehr Gebiete machen, damit ich mehr bekomme. Aber wir arbeiten ja schon daran. Deswegen. Ich hab ja diese zwei Aufträge gemacht. Für unsere Freunde. Ähm... Hier werde ich wahrscheinlich gar nicht weit kommen, ne? Oder? Fuck. Alter, diese scheiß Steuerung hier, ey. Wenn keine Feinde da sind, dann kann ich sowieso wieder gehen. Man sieht schon, hier sind keine. Und hier steht doch nicht, äh, mit dem... Mit der Zone, dass die verboten oder so ist. Wird mir auch hier angezeigt, aber hier ist nichts. Okay, ich wollte es einfach nur mal zeigen und es sicher gehen. So, Kickback. Oh, hier ist schon ein bisschen Kohle. Ich kann aber keine Schnellreise machen, ne? Das ist voll doof. So, gucken wir mal kurz Ziele. Steh den Truck, steh das Boot. So, finde und zerstöre Fuseltransporter. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie ich die zerstören soll. Ich glaube, ich muss das mal googeln, ey. So, ansonsten halt mit... Das können wir auch aktivieren, ne? Aber... Das wird uns nicht auf der Karte angezeigt. Deswegen, als Ziel ist das jetzt vielleicht nicht so gut. Dann machen wir das hier. Und... Wenn wir so einen Fuseltransporter sehen, werde ich im nächsten Part dann einfach mal gucken, wie man das... Also ich werde jetzt, wenn dieser Part zu Ende ist, was gleich der Fall sein wird, werde ich gleich mal gucken, wie ich diese scheiß Transporter kaputt machen kann. Ob es da auch einen Lösungsweg gibt oder wie man die einfach kaputt macht. Ich verstehe es einfach nicht. Alter, was ist denn das denn da gewesen? Der Weg sagt, ich soll hier lang, aber hier ist nichts. Ja, natürlich bin ich jetzt dagegen geknallt. Alles klar. Jetzt hat es mir keinen Scheiß mehr. Das lag gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. So. Ja. Gut, ich werde dann halt mal gucken, wie wir diese Transporter zerstören. Ich habe keinen Plan, weil ich habe alles versucht. Ich habe diese Scheißdinger sogar schon gerammt, weil da steht, wenn man x fährt, also wenn man fährt und x drückt, also so, wie ich jetzt gerade mache hier, dann rammt... Boah, scheiße! Dann rammt man halt die Autos. Ich kann es ja mal kurz zeigen. So. Und so soll man eigentlich welche kaputt machen können, aber das ist ein richtiger Transporter und die schießen dann auf uns und dann mitten in der Stadt... Oh, dieses Licht ist gerade so ein bisschen kacke. Mitten in der Stadt kommen dann halt auch die Cops und das ist voll kacke. Das habe ich das letzte Mal schon ausprobiert. Vor ein paar Parts war das. Und da ist das gleiche Problem gewesen. Ich habe zwar geschubst, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Und ich weiß nicht, wie ich diese Kackdinger kaputt machen soll. Ich habe ja schon Mollys draufgeworfen, ich habe da drauf geballert und zwar wirklich alle Munition, die ich hatte. Ich habe sogar noch mehrere Munition gekauft und ausprobiert, aber hat nicht funktioniert. Entweder mit Granaten, die ich nicht habe oder weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich die kaputt machen soll. Finde ich ein bisschen doof. Weil ich das schon gerne machen möchte. Ich möchte schon die gerne mehr Schaden zufügen, indem ich diese Transporter explodieren lasse und die gleich mit, die da drin sind und fahren. Weil die gehören ja nicht zu meinen Freunden. Die sind dann meine Feinde. Kann ich überhaupt irgendjemanden als Freund nennen? Ich glaube nur, Vater James ist wirklich unser Freund, dem wir vertrauen können. Oder dieser Donovan, oder wie der heißt. Das sind eigentlich die einzigen zwei, denen wir vielleicht richtig vertrauen können. Und den Rest, ja, das sind halt einfach nur so eine Verbündeten. Die würden uns sowieso verraten und verkaufen, wenn es ihnen irgendwie nicht passt. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass die uns verraten und wir für die so viel gemacht haben und die dann irgendwann, ja, die Chance voll haben. Davon habe ich echt ein bisschen Angst. Weil dann sind das unsere Pfeilen und wir müssen die mit abknallen. Das wäre krass. Also wir müssen schön fleißig sein und die alles geben, was die auch möchten, damit jeder zufrieden ist. Jeden ein Stückchen vom Kuchen abgeben, sozusagen. Alter, das mit der Sonne ist ein bisschen abgekackt hier. Ich sehe nichts. Weil es nass ist, reflektiert das jetzt richtig. Schon ein bisschen kacke. Alter! Fucking ernst. Fucking ernst. Fucking ernst. Komm ich jetzt wieder hoch? Natürlich nicht. Doch. Oh, super. Oh, so sieht die Motorhaube aus. Also, von innen. Schön, ne? Oh, man. Oh, da unten ist so ein Scheiß... Na toll. Scheiße. Der Transporter ist weg. Das wäre jetzt hier voll runtergefahren. Wäre mir voll egal. Wir sind einfach hier runterfahren und dann... Bam. Vielleicht hätte das geklappt, wenn ich von oben auf die Rauch fahre. Wenn mein Auto anfängt zu brennen, dann muss ich nur schnell raus. Aber das müsste so perfekt getimt sein und das müsste auch dann da oben bleiben, das Auto. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Aber mein Auto ist sowieso angeschlagen. Oh, mein Auto ist sowieso tot. Und es war sehr tot. Also, das ist, glaube ich, das schlimmste Auto, was ich jetzt hier habe. Total demoliert. Da vorne kommen Cops. Aufpassen, dass ich die nicht ramme. So, ich bleibe mal einfach jetzt hier stehen. In Hoffnung, dass hier vielleicht noch so ein Transporter durch die Gegend fährt. Weil das möchte ich eigentlich noch machen. Aber dazu muss ich erstmal eins finden und wissen, wie man diese Dinger kaputt macht. Also mache ich jetzt hier erstmal eine Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.